Hör damit auf! Ich tu deinem Baby schon nichts. Jan, das Fahrrad hab ich auch wieder flott gemacht. Du hast zu viel Fantasie. Hey, ich bin dein Dozent, mehr nicht. Ich weiß zwar nicht, wo du gestern warst, aber eins weiß ich ganz sicher. Du warst auf keinen Fall bei Charly. Oh, Andy. Träumst du? Was? Musik Straight to your heart Du musst das verstehen. Wir können einfach keine Affäre haben. Was spricht denn dagegen? Ich kenne deinen Vater. Mir wäre es auch nicht recht, wenn meine Tochter mit einem... Was hat denn mein Vater damit zu tun? Komm, lass uns Schluss machen Ich kenne genug Männer, die wären nicht so blöd Aber bitte, wenn du es so willst... Selbstschuld Was glotzt denn so? Was? Du hast Öl an deiner Wange So wird das nichts. Soll ich mal? Nee, lass mal. Ich gehe eh gleich duschen Ja, was ist? Brauchst du eine extra Einladung? Ja. Was? Wozu? Jana wartet bestimmt auf dich. Er wollte doch noch in die Eifel oder nicht? Ja. Danke für deine Hilfe mit dem Motorrad und so Kein Problem. Viel Spaß euch beiden Gehe! Cecile, es ist noch gar nicht so lange her, da hast du von mir verlangt, ich soll dich ernst nehmen Was hätte ich denn tun sollen? Ja, mein Gott, anrufen zum Beispiel Dann hätten wir mit Sicherheit eine gemeinsame Lösung gefunden Und wie hätte die dann ausgesehen? Cecile, das ist zu gefährlich, Cecile, pass auf dich auf Akzeptier doch endlich mal, dass auch die Frauen bei den Lahnsteins einen eigenen Kopf haben Vielleicht habe ich in meiner Sorge um dich manchmal etwas übertrieben Vielleicht ist gut, manchmal habe ich das Gefühl, du lässt Nico viel mehr frei hatten als wir Ich möchte einfach nur, dass du mir vertraust Wenn ich gewusst hätte, wie sehr dich das kränkt, dann hätte ich auch die Wahrheit gesagt Und? Wirst du in Zukunft anrufen? Nein Es wird keine Heimlichkeiten mehr zwischen uns geben Hey, was hast du denn hier? Ich wollte dich doch abholen Ist schon okay, ist schon okay Und wie war es denn der Meiland? Ja, Meiland war schön, aber du weißt, fliegen mit Babys ist immer anstrengend Dann hat sie sich auch noch wehgetan ein bisschen Na komm, dann ruht euch erst mal auf Ja Magst du einen Kaffee? Nein, ich gehe gleich hoch Ich muss mich erst mal um die Kleine kümmern und dann lege ich mich auch recht hin, ja? Okay, mach mal los Tschüss Pass auf, dass dich nirgends stört, ja? Hi Hi Hast du mir eine Cola? Na klar Hast du eigentlich wieder was von Lars gehört? Äh, nein, leider nicht Das tut mir leid Oh Ich gehe Hi Darf ich? Ich gehe eh gleich Ah, hörst du dich mit Andi? Mhm Ja Na, ja Wie jetzt? Jein Wir haben uns verabredet, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns wirklich treffen Andi weiß zur Zeit irgendwie nicht, was er will Tja, erwachsen Männer sind da eben anders Du musst es ja wissen Klar Zum Beispiel Lars Schneider Hatnas Ex Mhm Wir haben ihn schon ein paar Mal getroffen, war echt nett Ich finde ihn ziemlich attraktiv Bist du in ihn verliebt? Ne Ist doch nicht Pflicht, oder? Also Spaß mit einem Kerl rumzumachen, das könnte ich nicht Ah, das lernst du auch noch Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar keinen Bock drauf Ja, dann Weiterhin viel Spaß mit Andi Oh, du willst wieder zu Moritz? Ja Er muss ja was essen Ja Ja, Grüßchen von mir Und wenn du Hilfe brauchst? Melde ich mich Versprochen Gut Wir sehen uns im Schneiders Ja, gern Hallo Vater Du lässt also zu, dass Cecile sich in Gefahr begibt? Wie bitte? Eure Aktion gestern Abend mit dem Straßenkind Hat Cecile dir davon erzählt? Erst nachdem sie einsehen musste, dass Lügen zwecklos ist Es war ein Notfall Der Junge hätte verbluten können Cecile hat geholfen Jeder andere wäre wahrscheinlich zusammengeklappt Das weiß ich Du solltest stolz auf deine Frau sein Ich liebe Cecile Und ich habe schon einmal den mir liebsten Menschen verloren Das darf nicht wieder geschehen, Leonhard Verstehst du das? Hi, Anna Hey, Felix Hi Ich wollte dich gerade anrufen Oh, wie nett Ich dachte schon, ich muss mich daran gewöhnen, von dir versetzt zu werden Hast du mit Nico gesprochen? Ja Und weißt du was? Hm? Sie hat den Auspuff 1a geschweißt Deine Schwester hat ganz schön was drauf Ey, dann können wir ja doch noch fahren Nein Ich möchte den Bock vorher Test fahren, vor so einer Tour Ja, aber ich dachte, er funktioniert wieder Trotzdem Allein aus Verkehrssicherheitsgründen und so Seit wann interessierst du dich nur für sowas? Also langsam habe ich das Gefühl, du hast gar keine Lust mitzufahren Nein, das Ich kann das einfach nicht verantworten Weißt du, als Sanitäter, da habe ich einfach zu viele Motorradunfälle gesehen Das will ich auch nicht riskieren Tja, da kann man wohl nichts machen Das fürchte ich auch Aber wenn die Gasthütte jetzt nicht so weit weg gewesen wäre, hätten wir mit dem Fahrrad da hinfahren können, aber so äh Angelo, noch einen Kaffee bitte Sehr gerne Für mich auch so einen, bitte Na klar Tag, Herr Anwalt Tag, Herr von Beinbach Na, was Neues von der Geschlechterfront? Nein Sie haben Hannah Nowak sehr geliebt, was? Das geht sie zwar nicht sein, aber dennoch ja Hier, das wird sie auf andere Gedanken bringen Zigarrenpräsentation Inklusive zwei Havannas Und weiteren Überraschungen Ja Die Hauptattraktion sind natürlich die Mädels Das soll ein ganz heißer Laden sein Für sowas habe ich noch keinen Kopf Aber trotzdem, vielen Dank Sollten wir nicht wenigstens diese dämliche Siezerei lassen? Wir haben schließlich genug zusammen durchgemacht Einverstanden Lars Bernd Guten Tag, die Herrschaften Frau Schneider, schön Sie zu sehen Herr von Landstein, ich freue mich auch Darf ich Sie jetzt öfters mittags begrüßen? Ja, arbeiten daran Nehmen Sie doch bitte Platz Gerne Das ist sehr löblich Immerhin ist es ein Kunststück, wie Sie Privatleben und Geschäftliches unter einen Hut bringen Was machen wir denn nach diesem fantastischen Essen? Ja, was macht ihr denn? Das hört sich so an, als wüsstest du das schon Carla hat mir eine Ausstellung empfohlen Und die würde ich mir gern mit dir anschauen Ja, gern Ich muss los Zum nächsten Advokatentermin? Nein, Squash Ein bisschen Dampf auflassen Ja, wollen wir uns treffen Danach Ich meine, ich hätte Zeit Carla hatte einen Termin beim Kunstbuchverlag Ich wusste gar nicht, dass Hannah jetzt mit Kunstbüchern zu tun hat Ach, das ist bestimmt wegen der Kataloge für die Ausstellung Die hat ja einen Termin verlegen lassen Sie hat bestimmt eine ganz tolle Ausrede Davon bin ich überzeugt Na ja, vielleicht findest du in der Bar eine ganz tolle Frau Doch was? Ich bin doch versorgt Es wird bestimmt ein total lustiger italienischer Abend Und viel leckerer als in dieser kleinen Gasthütte Ja, klar Felix, willst du was mit essen? Ähm, ja, gern Aber ich kann ja später kommen Kein Problem, ich gehe jetzt erst einkaufen Soll ich dir dabei helfen? Ähm, deck du den Tisch Ich mache den Rest Danke Tschau Tschüss Felix Meinst du Sie hat irgendwas gemerkt, dass da was mit Nico passiert ist? Nee Und solange du weiterhin so cool bleibst wie gerade Wird sie es auch nicht merken Okay Gedanken lesen kann sie ja auch nicht Zum Glück Mann, ey Nico ist so in meinem Kopf drin Dann hat er wirklich nur einen Kuss Ja, klar Ja, weil du so ein Theater machst, als hättest du mit ihr geschlafen Mann, ich fühl mich trotzdem mies dabei Vor allem, ich kapier's überhaupt gar nicht Nico und ich haben uns die ganze Zeit über immer nur gefetzt Und jetzt auf einmal ist Ihr habt euch nur geküsst, das war's Also bleibt mal auf dem Teppich Mann, ich hab Vanessa damals im Pool auch nur geküsst Trotzdem hab ich keine Lust darauf, dass nochmal so ein Theater entsteht Das ist doch mal so Du hast Platz im Herzen einer Greifling gefunden Ciao Ah, Mann Gut 8-8 Letzter Satz Noch ein oder noch zwei Pass auf Wir machen das anders Wenn ich dich schlage Dann hast du bei Hannah noch eine Chance Das ist doch lächerlich Beweis mir das Gegenteil Scheiße Ja Na Gut Jetzt hab ich meinen Aufschlag verloren Jetzt musst du erst mal einen Punkt machen Das werd ich Und du wirst dich mit Hannah versehen Was bist du so stur? Das könnte ich dich fragen Ich weiß doch, wie viel dir an Hannah liegt Und das soll jetzt alles vorbei sein? Das war damals Und jetzt spiel Hier 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 Mein Punkt Mein Spiel Na? Was sagst du jetzt? Gratuliere Okay Vielleicht hast du recht Möglicherweise renkt sich das mit Hannah wieder ein Aber jetzt brauch ich erst mal Zeit für mich Dann lass dir mal ein Wort Es war eine gute Idee Wir sollten öfter den ganzen Tag zusammen verbringen An mir soll es nicht liegen Ich habe noch eine Bibliothek zu tun Hallo Leonard Hallo Und schmerzt die Verletzung noch? Nein Warst du noch mal bei Moritz? Ja Er ist wirklich tapfer Und ich soll dir ganz liebe Grüße bestellen Danke Und mit Johannes hast du auch geredet? Alles in Ordnung Im Gegensatz zu deiner Verletzung Au Du solltest mindestens eine Woche nicht aufs Pferd Sonst verhalte er es nie Ich kann das allein Danke Mensch Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich dich motivieren kann Mist Ich habe doch Andi und Jana versprochen Bei ihrem italienischen Abend vorbeizuschauen Oh Ja, dann Bis zum nächsten Mal Ich trainiere noch ein bisschen meine Rückhand Das würde dir aber nichts nützen, weißt du ja Alles klar Ciao 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 Was willst du denn hier? Wonach sieht es denn aus? Du spielst Quash Wer so hartgeistig arbeitet wie ich, braucht dann wenig körperliche Entspannung Du bist wegen Lars hier, stimmt's? Was? Ist er auch hier? Ich kann mir schon denken, was du vorhast Aber für Lars gibt es nur eine Frau Und wer soll das sein? Deine Tante Deine Tante Allerdings Abwagen, Kleiner Du hast mich erschreckt Entschuldige bitte, das wollte ich nicht Schon gut Ja, ist das mit deiner Hand schon besser? Ähm, ja Soll Leon hat sie sich nochmal ansehen? Das hat er eben schon Es ist alles okay, wirklich Es ist alles okay, wirklich Nein, 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 lass mal Ich habe mir den für dich gegeben Auch mit dem Fahrrad Mann, das wird echt total cool Okay Letzter Aufschlag Noch kannst du gewinnen War ein echt hartes Match Super gespielt Glückwunsch Spielst du eigentlich regelmäßig hier Oder war das dein erstes Mal? Ist das wichtig? Nein Vorsicht! Sind wir die Letzten? Scheint so Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt Wie sexy du aussiehst Wenn du verschwitzt und abgekämpft bist? Nicht so nett wie du Ich, äh Ich gehe da mal duschen Bose Wir öffnen Ja Wah Ich gehe da nicht Ich gehe da, ich gehe da Ich gehe da nicht Musik Sorry, der Taxifahrer hat sich verfahren. Kein Problem, ist noch genug da. Andi ist heute wie ein Spatz. Sag mal, Felix, wie war es denn beim Squashen? Super, hat echt Spaß gemacht. Tja, das sind doch ganz gute Neuigkeiten. Und wie sieht es bei dir mit dem Lernen aus? Das Studium ist vielleicht nicht das alleraufregendste, aber immerhin ein guter Anfang. Dir ist aber schon klar, dass dich deine ganzen alten Kumpels nerven werden mit Ey, ich wurde geblitzt. Kannst du mich da bitte rausholen? Ja, damit kann ich aber leben. Immerhin weiß ich nach der Nacht im Club, wie wichtig es ist, einen guten Anwalt zu haben. Weißt du, das schmeckt es dir nicht? Doch, das ist super lecker. Also, wenn ich irgendwann mal meinen Freunden helfen soll, dann muss ich jetzt noch ein bisschen lernen. Aber ihr kommt bestimmt auch ohne mich aus. Bleibst du bitte noch was... Wenn er nun mal lernen will. Und wir wollen jetzt los, dann können wir ja noch um Mitternacht Stern erzielen. Nein, bitte, komm, ich habe keinen Bock auf die Romantik-Nummer. Drücken, da gibt es nur kaltes Wasser. Ach, was? Schade. Heiß? Und so geht es weiter. Was, in einer Stunde? Okay, ich komme gleich runter, ja? Ich dachte, du brauchst deine Ruhe. Einen schönen Abend noch. Ich habe gehört, was mit Ihrer Firma passiert ist. Hätte ich darüber zu entscheiden gehabt. Sie wissen schon. Leider hast du hier nichts zu entscheiden. Herr von Beinbach ist so eine Art Frühstücksdirektor hier. Und so geht es weiter.